Vor einigen Jahren wurde eine Gruppe von Showgirls zu einer militärischen Spezialeinheit ausgebildet, um eine Geisel zu befreien, die Entführer entführt hatten. Sie brachen in ein Gefängnis ein und tauchten in einem Hotel unter. Seitdem werden sie von der Polizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch Angels Höllen Kommando. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017